Mein Traum wird endlich wahr. Das ist mein eigenes Beauty-Resort. Zumindest schon mal ein erster Teil davon. Hier unter der Sonne Kaliforniens kann ich es mir so richtig gut gehen lassen, weil ich genau das machen kann, was ich immer wollte. Ich will Hunde und Katzen pflegen und ihnen jede denkbare Annehmlichkeit und tolles Aussehen verschaffen. Naja, zumindest will ich das irgendwann, wenn ich alle Bereiche meiner luxuriösen Anlage eröffnet habe. Aber das kostet viel Geld, das ich wohl erstmal verdienen muss. Dabei bin ich doch so ungeduldig. Erstmal fange ich mit dem Beauty-Salon an. Den habe ich ja schon in meiner Villa eingerichtet. Und dann mal schauen, vielleicht erreichte ich einen Shop oder ein Hotel oder doch zuerst einen Wellnessbereich. Hier in Amerika gibt es wirklich ganz besondere VIP-Kunden. Die reichen und schönen. Und viele haben sehr hübsche, charaktervolle Tiere. Wenn ich mich gut um sie kümmere, spricht sich das vielleicht schnell herum. Auf geht's! Der erste Kunde kann kommen! Hi! Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play meinerseits. Mein Name ist Rusty. Und heute spielen wir mal mein Beauty-Hotel für Tiere, wie ihr ja bereits in der Vorschau sehen konntet. Was hat es jetzt mit diesem Let's Play auf sich? Ich muss kurz zwei, drei Sachen sagen. Zum einen wollte ich diese Woche einfach mal eine kleine Pause von Dead Space machen, um zu diesem wunderschönen Spiel und noch einem anderen zu kommen, das dann am Donnerstag hoffentlich kommt. Und einfach um euch zu zeigen, was von mir demnächst noch so auf den Kanal kommen wird. Ich hatte schon länger vor, diese zwei Spiele zu starten. Hat sich nur nicht ergeben aus zeitlichen Gründen und der Software-Problematik, die damit verbunden war. Die jetzt zum Glück überwunden ist hoffentlich. Werdet ihr dann morgen sehen oder beziehungsweise heute, wenn das Video hoch rauskommt. Und ja, ich werde diese zwei anderen Spiele dann wahrscheinlich freitags und samstags, wenn ich freitags dran bin. Und jeden Samstag in der Woche, ich weiß noch nicht, aber ich hatte da so ein System im Kopf, werde ich die dann hochladen und halt unter der Woche Dead Space ganz normal. Aber ich wollte jetzt einfach mal anfangen. Und deswegen kommen diese beiden Spiele jetzt diese Woche. Anderer Punkt, warum ich die überhaupt spiele, ist, wenn ihr euch erinnert, beim ersten Teil von Otomas Let's Play von Dark Souls 2 hat er das erwähnt. Wir haben ihm das zum Geburtstag geschenkt, wir anderen drei Ritter des Korns, unter der Prämisse, dass er es dann, ja, let's playt. Und vor ein paar Jahren haben die Restlichen bei mir dasselbe getan, aber allerdings mit diesen beiden Spielen und im alkoholisierten Zustand mir dann halt das Versprechen abgenommen, sie zu let's playen. Und ja gut, da sind wir. Nächster Punkt, hier steht Spiel fortsetzen, weil ich es natürlich schon mal angefangen habe, um zu gucken, ob das mit dem Aufnehmen funktioniert. Und zu dem Zeitpunkt hat es leider nicht funktioniert. Deswegen habe ich schon so eine ungefähre Ahnung von dem Spiel, aber wir schauen jetzt einfach mal rein. Äh, ja, ich möchte trotzdem wieder von vorne anfangen. So, und wie ihr sehen könnt, können wir jetzt erstmal unseren eigenen Charakter gestalten. Ähm, ich präferiere diese Jacke und dieses T-Shirt und mein Name ist natürlich Rusty. Und, äh, ja, die braune Haarfarbe finde ich schon mal ganz cool. Die Frisur sieht pennerhaft aus, die sieht ganz okay aus. Ja, die ist nicht schlecht. Und die, na gut, ich bin nicht so ein Kurzhaar-Fan. Ich weiß nicht, ich kann mich gerade nicht unterscheiden, äh, unterscheiden, entscheiden natürlich zwischen dieser und dieser. Na gut, nehmen wir doch mal die. Gut, und los geht's. Ja, und wie wir schon, äh, gemerkt haben, ich glaube, muss ich hier... Ne, das ist rein mit der Maus, alles klar. Ähm, ja, scheint diese Frau wohl Tochter sehr reicher Eltern zu sein, dass sie sich mal eben eine Villa in Kalifornien leisten kann und da so ein Beauty-Resort reinmacht. Gut, hier vorne sehen wir anscheinend auch ihren fetten Wagen. Und da ist ein Kunde. Und bevor wir fortfahren, Sound... Stimmen sind schon ganz hoch. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich, die Stimmen sind ein bisschen leise. Aber ja gut, machen wir weiter. Gut, klicken wir. Hallo, Sie können uns bestimmt weiterhessen. Eine Hundewäsche und das mit meinem kleinen Liebling Gassi gehen, ne? Ja, ja. Natürlich, da haben wir also die kleine Töle, die wir jetzt bedingsen müssen. Äh, ja, und wir haben eine Art, ja, ein Beauty-Salon, heißt es ja, zum Hundewaschen. Und sollen dann noch auf unserer riesigen Anlage, die ich euch auch gleich zeigen werde, ja, Gassi gehen. Ne, wir sehen hier irgendwie anscheinend ein Badezimmerbereich. Wie wasche ich einen Hund? Zuerst mit dem Schwamm einschäumen, alles klar. Premium, nicht verfügbar und nicht verfügbar. Also es gibt verschiedene Shampoos und so weiter und so fort. Da oben ist eine kleine Leiste, wo wir sehen können... Oh, nicht den Kopf, alles klar. Wie weit fortgeschritten wir sind. 100 Prozent, alles klar. Dann wasche ich einen Hund. Zuerst mit dem Schwamm einschäumen, dann mit der Dusche abspülen. Schön von der Seife wieder weg. Dann mit dem Föhn föhnen. Ich weiß nicht, was das für eine Art von Hund ist. Ich kenne mich mit Hundemamen überhaupt nicht aus, aber ich finde diese Art von Hundemamen besonders schrecklich. Das ist so eine Fußhüte. Das war aber der letzte Spiel. Mit der Bürste, Bürste. Ihr seht vielleicht, dieses Spiel ist ultra alt. Und deswegen auch mit... Also, mein PC ist ziemlich gut und... Ja. Das kann dieses Spiel aber einfach nicht verkraften. Cool. Wir haben einen Bonus von 45 Euro gekriegt und drei Sterne. Alles klar. Für unsere tolle Hundewäsche. Und dann gehen wir jetzt hier vor die Tür. Und Gassi. Ja, ihr seht schon, das ist eine sehr, sehr große Anlage. Hier scheinen so verschiedene kleine Baustellen zu sein. Da, da und da. Wo wir wohl später noch die Anlage erweitern können. Und hier unten ist unser Geld. Wir haben gerade 1445 Euro. Und wir können ja mal ins PDA schauen. Erinnerung. Aufgaben heute. Wasche drei Hunde und gehe mit einem Hund Gassi. Wir müssen anscheinend ja... Ja gut. Das ist unser aktuelles Missionsziel. Und hier ist der Bestandsshop. Da können wir halt Zeuge kaufen. Okay. Achso. Farbe und Shampoo. Ne? Also... Kleidung. Regenmantel mit Kapuze für Hund. Oh Gott. Holy shit. Ich hab noch nicht alles hier drin gesehen. Aber... Ja. Äh... Achso. Kann ich bestellen. Kann ich sogar machen. Okay. Äh... Ich hatte jetzt gerade keinen Lust, das vorzulesen. Über Hunde. Boah, ne. Äh... Also... Ne? Ach ja, genau. Und hier... Äh... Genau. Ausbau. Ne? Die verschiedenen Teile. Aber dann gibt es halt noch... Zum Beispiel, ne? Die verschiedenen Gebäudekomplexe noch. Und, äh... Eine Hotelanlage. Diesen Shop. Und, äh... Was es nicht alles für eine Scheiße gibt. Dann gibt es verschiedene Räume für Hunde und Katzen. Einiges Wellnessgebäude. Und die sind sehr teuer alle. Und, naja, gut. Wir... Werden da ja... Also, wir werden jetzt hier über die Zeit Geld verdienen müssen, um die Anlage auszubauen. Und ich denke... Ein Ziel, was ich mir für dieses Let's Play... Weil das ist wahrscheinlich so ein Spiel, was man ewig spielen kann. Ähm... Als erstes Ziel würde ich mir mal sagen, wir bauen die Anlage komplett aus. Und dann schauen wir mal weiter. Äh... Ob ich es dann noch weiter spielen möchte. Oder ob das dann reicht. Weil es ist halt, wie gesagt, ne... Wie ihr seht, anscheinend ein Grinding-Spiel. Okay. Ja, das ist Gassigehen. Wir stehen ein bisschen rum. Der Hund wälzt sich in Dreck. Und dann gehen wir wieder weg. Hahaha. Ähm... Ja, ist so ein bisschen... Wir müssen farmen. Viel, viel Geld farmen. Von den reichen und schönen Californians. Mit ihren tollen Hunden und Katzen. Und, äh... Ja, dann irgendwann super reich sein und unsere ganze Anlage und einen dicken goldenen Dildo in der Sockenschublade. Ups, das habt ihr jetzt nicht gehört. Und, äh... Ja, dann sehen wir mal weiter. Aber wie gesagt, ne... Das scheint anscheinend eine super Reiche zu sein. Vielen Dank. Das hat meinen kleinen Liebling gefallen. Auf Wiedersehen. Gefallen. Dass es meinen kleinen Liebling gefallen hat, gefallen hat, von dieser Frau hier, von der jungen Frau hier versorgt zu werden, glaube ich dir gern. Na, vielen Dank und bis bald. Ja. Also, wie ich schon sagte, die hat anscheinend reich geerbt oder so. Oder ihre ganze Familie umgebracht. Man weiß es nicht. Aber sie konnte sich mal eben eine fette Villa und ein dickes Grundstück und eine schwarz-goldene Limousine in, äh, Nordamerika, um genau zu sein, in Kalifornien leisten. Und da muss man schon ziemlich Asche haben. Und das Ganze auch noch am Strand. Holy fucking shit. Ja. Eigentlich, ah genau, da kommt auch schon der nächste Kunde. Das ist halt der Hauptteil. Wir sitzen jetzt hier rum, warten auf Kunden und, äh, wenn sie kommen, bedienen wir sie. Hehehe. Guten Tag. Ich hätte gerne, dass sie sich um einen kleinen Liebling kümmern. Dein kleinen Liebling. Alles klar. Aber diesmal will man nur, dass wir mit dem Gassi gehen. Oh Gott, der rennt schon so behindert. Was zum Teufel ist noch falsch mit dem Vieh? Hehehe. Außerdem mischte ich wahrscheinlich so viertelstündige Parts machen und ich überlege mir, oder beziehungsweise habe ich mir auch schon überlegt, so für mich selbst, ähm, ja, dass ich einfach offscreen farme, 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 weil irgendwann werde ich auch nichts mehr zu reden haben dabei wahrscheinlich. Und, ähm, dann wieder aufnehme oder, weil, also, so, so, euch wieder dazuschalte, wenn wir uns tolle Sachen leisten können. Aber mir fällt gerade auf, also zum Beispiel, wenn wir auf das PDA gucken, so zum Beispiel den, jetzt, ich möchte mal kurz gucken, ich, äh, ah, okay. Okay, aber wir haben ja eh, wir haben alles mögliche an Hundefutter, ähm, gar nicht. Also, scheint mir zumindest so. Ähm. Ein Fellfärbenset? Holy shit. Shit. Also, ich verstehe auch gerade nicht, warum ich mir das Zeug noch nicht kaufen kann. Vielleicht muss ich dazu Grundaufstattung im Baus ist. Muss ich das Spezialpediküre-Set? Also, ich hab noch nicht, ich bin noch nicht ganz durchgestiegen, wie dieses Spiel funktioniert, aber, ne, so die Grundlage, also ich glaube, dass ich zumindest, dass, 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 dass die Grundlage ist, die ich da gerade im Kopf habe. Warte. Irgendwas, irgendwas konnte ich doch schon kaufen, beziehungsweise wollte ich doch kaufen. Wo war es denn jetzt? Äh, Ausbau? Genau, da. Die Haarschneidemaschine, kann ich die bestellen? Ne, geht nicht. Naja, also, warum ich diese Sachen nicht kriegen kann, verstehe ich nicht so ganz, vielleicht. Egal, spielen wir einfach weiter. Wir werden da schon noch hinterkommen. Und wie gesagt, ich möchte, glaube ich, so viertelstündige Parts machen, aber die heutige Folge machen wir einfach mal, weil es die erste ist, ein bisschen länger. Und weil ich jetzt ja ein bisschen Zeit damit vertrödelt habe, hier sinnlos rumzukriegen. Ja. Ach, ja, okay, ich müsste jetzt warten, bis der Hund zu mir kommt. Und Fuffi, nice. Ich glaube, wenn ich einen Fuffi pro, also wenn ich dafür einen Fuffi kriegen würde, mit einem Hund Gassi zu gehen, für fünf Minuten oder so, würde ich das auch machen. Wenigstens haben wir schöne Musik, die uns dabei begleitet. Es fühlt schön aus, die Leere des Umstandes, dass ich nicht genau weiß, was ich jetzt sagen soll. Ich bin einfach gerade noch ein bisschen... Oh Gott, habt ihr die Geste gesehen? Das war so typisch cool. Holy shit. Dabei sah der ja auch nicht gay aus. Naja. Einen Kunden machen wir noch, würde ich sagen. Oder vielleicht noch zwei, je nachdem. Oh mein Gott, ist das wirklich ein Hund auf zwei Beinen auf diesem Brunnen? Bitte erschieß mich. Oh Gott. Die Frau hat einen seltsamen Geschmack. Genau so... Was ist das für ein Bild? Das ist einfach nur pink. Pinker Teppich oder was. Kann ich irgendwie auf den Computer hier zugreifen? Nein, kann ich nicht. Kann ich rausgehen? LOL. Ich kann tatsächlich rausgehen. Kann ich sie auch hier draußen erfahren? Nö. Hallo. Sie können uns bestimmt weiterhelfen. Natürlich genau dann. Wenn ich drei Hunde waschen muss, wollen die alle nur, dass ich mit den Gassen gehe. Und warum sind das alle so kleine Tölen? Das ist ja schrecklich, ey. Können die sich nicht normale Hunde leisten? Gott. Und ich weiß, dass es größere Hunde in dem Spiel gibt. Ich hab sie gesehen. Das so ist nicht, ne. Aber why? Why? Freut euch auf jeden Fall auf das andere Spiel, das heute, äh, heute sei schon. Die nächste, diese Woche auch noch kommen. Das wird auch ein Hochgenuss. Oh Gott. Na, letztendlich jetzt schon mit dem Dreck. Kleiner. Komm, wir rennen mal ein bisschen. Lol, was hat... Okay, er hat seinen Kopf geschüttelt. Es sah aus, als würde er abheben. Die gleiche... Brrbrbrbrbrbrbrr... Propellermaschine. Okay. Nice. Aber ich bin echt verwirrt, warum wir gewisse Dinge nicht kaufen können. Oder warum wir gefühlt gar nichts kaufen können. Außer so... kleine Sachen. Vielen Dank für alles. Tschüss. Auf Wiedersehen. Wow, das war ja auch so viel Arbeit. Ja, vielen Dank. Bis bald. Wie oft sagst du das noch, ey? Ah, 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 ah. Kennt ihr diese Momente, wo ihr euch fragt, was zum Fick hab ich... Wow, was? Lol. Alles klar. Wir können zu einem Flugplatz fahren. Holy shit. Erinnert mich dabei Zeiten nochmal dran. Dann wahrscheinlich, oder vielleicht werden die sich irgendwie ankündigen, Fluggäste oder so. Ah, guck mal. Endlich mal ein Hund mit passabler Größe. Zwar immer noch ein hässliches Scheißvieh, aber... Sie können bestimmt einiges für uns tun. Ah, Hundewaschen. Dann schauen wir mal, was wir tun können. Drei? Genau. Drei Hunde waschen und mit einem Gassi gehen. Wir sind jetzt mit drei Gassi gegangen und haben einen gewaschen bisher. Jetzt kommt der zweite. Mr. Army Man und sein hässliches Mistvieh, ey. Ich hab nichts gegen Hunde. Ich liebe Tiere, aber... Wenn man dazu gezwungen wird, sie so zu lieben... Holy shit. Okay. Und das bitte nicht falsch interpretieren. Oh Gott, oh Gott. Ich seh's schon kommen, ey. Das wird der Hammer. Oh, der... Ja, ist ja gut. Halt die Fresse. Wie, du bist noch nicht komplett sauber. Ach, da ist noch... Ah. Keine Wolke von Chao. So. Get this. Nice and friendly. Yay. 43 Euro Bonus? Fick dich. Und das finde ich auch so komisch. Er geht jetzt einfach wieder zurück zur Abstation und denkt sich, yo, geil. Und ich renne mit seinem Hund einfach weg. Alles klar. Wenn wir irgendwann mal Zeit haben, müssen wir auch diese große Anlage einfach mal... komplett besichtigen. Also, ne, da ist anscheinend in der Mitte so ein fetter Brunnen. Hier sind wohl diese Hotelanlagen halt. Und, ja. Die andere Seite habe ich halt noch gar nicht gesehen, glaube ich. Die andere Seite habe ich hier weiter. Da gehts. Das ist schon von hier. Die andere Seite. Die andere Seite ja, die andere Seite. Sie sind halt nicht so komisch. Die andere Seite. Sie sind halt nicht so komisch. Die andere Seite haben wir, sie sindblev. Danke für dein Geld, Hund. Das finde ich auch so komisch. Wir kriegen das Geld vom Hund anscheinend. Danke fürs Kaffee-Gehnen. Zumindest wirkt es so. Ich will gar nicht wissen, wie viel diese verdammte Anlage gekostet hat. Das war bestimmt ein Arschrollkohle. Ich sehe schon, wie gut es meinen kleinen Lieblingen hier gefallen hat. Bis bald. Tschüss. Schwuchtel. Alles klar. Ja, und dann würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle die erste Folge von meinem Beauty-Hotel für Tiere. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte ihn kaum. Oder so halbwegs. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao. Ciao. So ist schöner. Ciao.